Hallo, ich bin Frau Dr. Krenn. Ich bin Zahnärztin aus Leidenschaft. Ich bin ein sehr genauer Mensch, ein Tüftler. Ich lege Wert auf Qualität und versuche eben sozusagen aus nichts Zähne zu schaffen. Meine Praxis ist eine Wohlfühlpraxis mit einem sehr entspannten und freundlichen Ambiente. Die Patienten fühlen sich wohl. Also mir persönlich ist es auch ganz, ganz wichtig, dass jeder Patient so behandelt wird, wie auch ich als Patient behandelt werden möchte. Ein guter Zahnarzt ist eben nicht nur ein medizinischer Berater oder ein Fachexperte, sondern je ein Mensch. Ich habe ein sehr nettes Team, sehr freundliche Helferinnen, die auch lustig sind und sehr gerne Spaß machen. Das Besondere ist eben, dass der Patient nicht warten muss, dass er pünktlich drankommt zu seinem vereinbarten Termin. Das Erste, was ich frage, ist, was wünscht sich der Patient? Das ist wichtig, weil jeder hat andere Wünsche und ich versuche mich eben auf diese Wünsche des Patienten einzustellen. Ich habe zwei Spezialgebiete. Das ist die konservierende Zahnheilkunde und die Wurzelbehandlung. Die konservierende Zahnheilkunde umfasst eben die restaurative Sanierung von Zähnen. Zum Beispiel Schalen. Schalen, das sind ganz, ganz hauchfeine Porzellanschalen, die man in der Art einer Kontaktlinse für das Auge auch auf die Zähne kleben kann. Kompositfüllungen sind Füllungen, die sehr viel handwerkliches Geschick erfordern. Das ist etwas, was ich sozusagen sehr gerne mache und auch schon sehr gut kann im Laufe 15-Jähriger erfahren. Die Wurzelbehandlung ist eine Arbeit, die sozusagen schon ein bisschen tiefer geht. Da muss man mit optischen Hilfsmitteln arbeiten. Das Bleaching der Zähne ist eine wunderbare Methode, die Zähne hell zu machen. Ja, wir haben dazu eine spezielle Lampe, eine Zoom-Lampe, die aus Amerika kommt, die es schafft, die Zähne und vier Nuancen heller zu bekommen. Sie sind herzlich eingeladen zu kommen. Überzeuge dich selber und du wirst sehen, es ist einfach schön hier.